ja schon mal da schwebt was in der luft da ist ein heli daniel naja ohne schade dass ihr keine munition da drin habt so einer muss verkaufen ich lasse den heli laufen wegen dem großen weil er ich habe das gefühl der kommt her der steigt noch weiter auf nicht dass sie gleich anfangen zu schießen ist ja mies wie viele leute sind sind gerade drauf nicht viele das kann also nur whitman oder jäger sein wenn ich eine dicke sniper hätte würde ich mal hinschießen jemals genutzt sehr schön den heli jetzt auch verkaufen oder behalten noch behalten oder bis wir so fünf koffer haben und dann was richtig schönes kaufen weil wir können schon auf unserer garage landen ich würde sagen ja gut oder wir könnten die anderen können wir die ersatzzelle kaufen lieber verkaufen und vielleicht haben wir dann vielleicht schon für den größeren wieder oder den selben kann man auch kaufen ja den kann man auch kaufen oder wir sparen 15 koffer und kaufen uns einen ultimativen panzerwagen das ist sehr viel also da könnten wir später vielleicht ich fliege mal die gegend ab und ich fliege jetzt extra in die andere richtung weil mir gefällt es nicht wo der heli da ist ich habe jetzt keine lust auf andere spieler ja also schön die eugleine aufhalten ob ihr irgendwas findet irgendwas von wert da ist ein weißer ist hier wie gibt es vielleicht eine mission die irgendwas springen lässt orca ja drück mal g ja dann bedien dich ach wegen essen und trinken ne euch oh da schießen sie rechts fliegen rechts fliegen rechts fliegen es kam von links wer hat da geschossen keine ahnung äh feldration oder ja die feldration und die feldflasche die kannst du dir erstmal einpfeifen von dem turm glaube ich da von den spitzen da ist doch nicht wirklich einer hochgeklettert und kämpft da oder was ich bezweifle es alles klar danke jo wollen ja nicht dass du hier wegstirbst durch hunger und boah es hätte nur ein bisschen ausgeheilt also so extrem was hier so ich guck mal wo wir jetzt hier waren ah da sind wir auf der map okay ne hier ist nichts in der nähe das uns hätte beschießen dürfen ja das ist vom toben gekommen weißt du der hat aber ziemlich scharf geschossen ja das war ja so ne ne war auch ich glaube ein größeres kaliber und das war so leuchtmunition ich will wissen von wo wir beschossen wurden das soll irgendwo einer sein das sind ganz schön viele zombies unten also ist da einer da rennt einer ah was ist los ah nein 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 weg hier ich sehe nichts ich sehe nichts meine kamera spinnt oh da ist ein mg was ist denn da kaputt weg hier ja das brauchen wir jetzt gar nicht ich habe fast wieder abgestürzt dass das bloß bleiben ich habe es wirklich ehrlich gesagt nicht vor ja wo fliegen wir jetzt hin ich könnte erstmal nach hause fliegen und dann ja erstens dass ich wieder was höre und zweitens habe ich ja jetzt auch kein trinken und essen mehr wir könnten auch irgendwo zwischenstopp machen aber auf jeden fall gehen wir nicht dorthin ja das ist ein suv oh die haben echt gut getroffen nicht schlecht da beschädigt nö naja nicht wirklich gut dann peile ich mal unser zuhause an ich muss mir das mal markieren banditen ich habe gesagt dass das vom turm ausgeschossen wurde in der nähe von unserem zuhause ist eine mission eine banditenbasis tatsächlich hier wäre auch schön für eine basis über balota ist auch noch eine mission mal unter ehrlich was für eine mitspechhaus oder so ne 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 lass mal was ist das ich habe keinen plan aber lass mal da gibt es ja ganze häuser gibt es ja ganze häuser zum sparpreis oh das wäre ja genial dann schauen wir mal auf jeden fall vorbei oder ja aber da steht irgendein haus äh was die da ne bewachen oder keine ahnung mhm ja auf der straße ist ein auto rechts oh die augen schön offen halten ist ja schwierig ey echt nicht einfach da alles im überblick zu behalten mhm aber ich sehe sonst nichts mehr ich fühle mich jetzt wirklich wie ein vietnam du ja unter uns in den palmen die richtige mucke einschmeißen ja ey das wärs jetzt schaue ich mir erstmal welche mission da bei uns in der nähe zuhause ist schön weit hoch fliegen ähm da fährt gerade ein auto rein siehst du es mhm da links ist ein auto da oben äh hier unter uns ist die kleine basis da vor uns und da links fährt ein auto wollen wir das ja nein erstmal nach hause oh oh ich glaub die wollen auf uns schießen ja wer will das nicht ne das können die so vergessen ich so hin weg basis war hier aber gerade echt ja sicher hinter uns hinter uns die monatmeter hinter uns denn daheim ist es immer noch am schönsten das stimmt die mission da ist nur 1,5 kilometer weg mhm können wir auch hinrennen meinste ne da sind wie gesagt andere spieler hin oder die das auto war von den npcs wer weiß wer weiß weiß ich krieg das ding hier gelandet normalerweise müsste es gehen aber frage ob wir dann aussteigen können nicht runterfallen was ist wenn ich jetzt auf der rechten seite aussteige wenn du auf der rechten seite aussteigst ist alles cool mein linke da ist nicht mehr cool probier es einfach probier es einfach oh oh warte daniel ja sehr nett so so und der orca muss mir dann mal ein blut weg geben irgendwie komme ich jetzt hier raus auf welche seite sitze ich jetzt jetzt kann ich aussteigen oder ja ja aber ich komme nicht rüber ouch nein das war schlecht ich bin runtergefallen ja äh alter hier im das ganze essen was ich hier gestern reingepackt ist ja auch alles gar nicht mehr ne ist nicht mehr viel ne also ich bin runtergefallen leute es ist gar keins mehr drin wie sind das wenn man außer rum an der mauer an der mauer an der mauer herum tanzt ich weiß es nicht ähm also ich das probiere ähm oka kannst du bist kommst ja gar nicht hin äh äh deswegen tanze ich hier gerade da drauf rum die sind übrigens glas scheiben ne kannst du dann ja kann ich aber ich will den ersten weil den verkaufen ja sowieso stimmt oh man 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 so ich pack mal einfach alles was ich da unten hab hier rein hast du als letzter das haus hast du als letzter aufgeschlossen ne möglich aber du hast jetzt vorne aufgeschlossen ja dann würde man das sowieso klick hat es die mauer gebst sonst werde ich gar nicht mehr runterkommen ok wollt man ja dann die knurren brechen wie du ah mir geht's gut ähm aber ich muss schon wieder was essen oh mann ätzend so oh jetzt hab ich noch mal ein blattpack bei dir nein meine orca ähm moment ich glaub net geh mal in meinen rucksack nimm mal das blattpacken das gib mir dann mal äh ich hab nur verbannt hier hinter dir ah geh mal in meinen rucksack ja ich brauch auch eindeutig eine andere waffe weil damit wird das nix dann versuchen wir mal das zu geben ah ich laufe das äh mit maus mausrad rollen und dann blotpack legen hm wo ist denn meine schöne waffe wo ist denn die da ist er auch net wo ist meine waffe was soll der scheiß da ist er da steht nur waffen wechsle und so weiter ja hab ich mir schon gedacht weil ich ja voll bin eigentlich jetzt hab ich munition weggepackt aber es ist wegen den ton weißt du was ist das ja wo ist unsere pkp munition musst du mal überall rein äh wo leiten du die munition in jeder kist ist was verteilt ja weil ich hab du einiges an munition mitgenommen sooo das blatt pack behalten wir gleich ne ja ähm daniel wir müssen uns mal hinemachen weil ich hab kein bock dass die anderen leute das zeug kriegen find ich nicht gut find ich nicht gut ich will bloß schnell noch den den koffer lege ich jetzt hier mal schnell rein ja und ich will munition ohne munition brauche ich gar nicht los ach komm schon ein bisschen muni für mich die feldrationen gehen uns so langsam aus naja wird alles langsam knapp wir müssen uns ach da ist ein pkm magazin jetzt hab ich schon mal eins eins reicht mir nicht brauchte noch jemand essen dann hier am tressor in der mitte immer noch munition ja komm schon gib mir eine pkp munition essen und trinke wer bei mir na trinken kannst du glaube ich draußen im SUV in dem ersten hier vorne gleich und essen kannst du hier aus dem mittleren noch ist er auf hier essen so los geht's leute ich bin soweit die war ich denke du brauchst essen ich hab ein bisschen was einstecken mittlere mittlere ja der ist noch offen so die haustier war die dieses braune dings pack ne ja ich muss gerade gucken wo das ist fünf stück müssten da sein tipo quite